Battle of Gladiators 6 Entscheidung in der Manege Am Samstag, den 13.12. auf dem Messplatz in Karlsruhe Das Kampfsport-Live-Spektakel mit sieben Titelkämpfen, Akrobatik, Licht und Live-Show Im Hauptkampf um die Weltmeisterschaft im Superband am Gewicht der WIBF und GBU trifft Lady Caro Caroline Schröder auf Elke Beinwachs Es boxt der Lokalmatador und Shootingstar Vincent Iron Junior Feigenbutz Der Karlsruhe trifft auf Hurricane Ionut-Trandafir Außerdem verteidigt die Weltmeisterin Maria Lindberg im Superweltergewicht ihren Titel der WIBF, GBU und WIBA gegen die Steel Lady Mirjana Vujic Aris Moes Shams kämpft gegen Orpheus the Bomba Gerge Liantal um seinen WGL MMA-Mittelgewichts-Weltmeisterschaftstitel Max Jumbo Meier in Ocento Corrie trifft auf Adil Roussidi um den GBU-Mittelgewichts-Kontinental-Europameisterschaftstitel Im Schwergewicht steigt Spartakus Dragon Markus Fukna mit Elmi Morar in den Ring Außerdem in der Zirkusmanege sind viele Prominente aus Funk und Fernsehen sowie aus der Welt des Sports Durch den Abend führt der beliebte Schauspieler und Fernsehstar Thomas Maximilian Held Battle of Gladiators 6 Entscheidung in der Manege Am Samstag, den 13.12. auf dem Messplatz in Karlsruhe Tickets unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse Tickets unter www.reservix.de Tickets unter www.reservix.de www.reservix.de